Ich sage mal schönen Dank, Julia, für deine Hilfe. Oh, wir sind wieder. Zuringo zurückgehen und mitteilen, dass wir es mal im Kampf gegen die Vorwanderung der Hilfe. Ja, optional Dynamit-Prompete-Besorgung von Easybeet. Easybeet? Gitte, was wollen wir aus deinem Lager? Okay, dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr, wie hieß das, ein bisschen mehr Prober. Ja, also wir brauchen ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Erfahrung. Und das ist der Grund, warum es mich in diese Hülle treibt. Ich hoffe mal nicht, dass das die falsche Entscheidung ist. Okay, ich habe jetzt schon Angst. Das ist also schon wieder furchtbar. Ich habe Angst. Mega-warn. Ach du Scheiße, das ist schon der erste Freund. Wie war das nochmal mit dem Wurz? Das ist die Leertaste? Nee, das ist das Springen. Wie war das nochmal mit dem Wurz hier? Okay, ich habe den auf jeden Fall schon mal erwischt. Hallo? Ja, was verstehen, du lieben? Sechs Erfahrungsprojekte. Irgendwo ist noch einer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie war das nochmal mit dem Wurz. Zwei sind da noch. Das zuckert hier gewaltig. Oh, die waren in dem Andelsschwie grün, die Pilze. Irgendwie. Okay, hier hat einer gefrühstückt. Ich habe mich nicht einverstanden, was hier läuft. Erst nochmal mit dem Wurz. Die Taste. Zwei Tage nicht gespielt und schon. Mann, ey. Ich habe ein ganz mieses, ganz mieses Gefühl bei der Gesarre hier. Wühlen sind ja nie mein Ding, ne? Muss ich ja sagen. Es zeigt mir hier irgendwas Rotes an. Aber jetzt nicht mehr, jetzt sind die weg. Ich verstecke. Wasser. Nimm sie ein Schlückchen. Aus der Pulle. Ja. Das ist mittel. Was ist das? Oh, du kriegst Volt-Cantine. Okay. Gut, das ist nicht gut, was hier passiert, glaube ich. Es ist gar nicht gut. Ah, dann wird die Waffe jetzt nicht mehr. Oh scheiße, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig die Geschichte, was hier jetzt passiert ist. Ich habe keine Waffe mehr, wie kann ich jetzt die Waffe wechseln, schnell? Scheiße. Ich bin gleich tot. Oh Gott, man hat geschossen. Fertig alles. Jetzt bin ich aber gerade dem Boot entkommen. Kann ich den nochmal nachladen? Wie war das alles? Mal hier hin. Ah, tappt war das. Okay, das habe ich schon wieder raus. R ist Nachladen. Okay, alles klar. Wo ist der Welpe? Wo ist denn der? Das war schon mal wieder eine dramatische Pläne, Leute. Ich muss mehr schleichen. Das ist eine Leiche. Das ist eine Leiche. Das ist eine Weitanhänger. Okay, was macht die Leiche dabei? Ruderschaftsprobe. Das ist eine Kugelwehr. Was ist denn eine Kugelwehr? Was ist denn eine Kugelwehr? Der sieht doch nicht mehr so ganz taufrisch aus, der Junge hier, ne? Mal so nebenbei gesagt. Nur mal so erwähnt am Rand, ne? Ist hier noch was anderes, was wir übersehen haben? Die haben... Aha, trinken will ich nicht. Ich glaube, ich sollte mal ein Stimpack nehmen, wa? Besser ist das, oder? Okay, weiter geht's. Wir haben hier ja schon am Ende angelangt, oder was? Ich bin jetzt hier reingelaufen wegen diesem Typen, oder was? Ich dachte, da sind noch mehr, aber guck mal. Graham, Hautoutfit, Energiezellen entlande, Energiezelle klein, Korken, zwei Laserpistole, alles. Ohne Laserpistole. Was hat die hier? Gm Jungs Magazin. Ja, die laufen mit dem Jungs Magazin. Krampfmesser. Alles, ne? Um F4 im Jungs Outfit. Ich schwör zu nichts, bisschen nacky. Mir auch leid. Ah, guck mal hier. Ja, wie cool ist das denn? Bisschen Munition, 9mm. Aber es scheint hier nicht weiter zu gehen. Warum haben die die nicht gefressen? Wird hier noch was? Boah, hab ich mich erschrocken. Es scheint nicht mehr zu sein hier in der Höhle. Also war das nicht so erfolgreich wie ich dachte. Ich wollte an sich ein bisschen leveln hier in der Höhle. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Huch. Durchgehen. Hm. So. Können wir wieder abfahren hier. Es scheint nichts mehr gewesen zu sein. Außer Spesen nichts gewesen. Huch. Jetzt gelandet. Hallo, Frau Güter. War ja hier ja rausgekommen. Soll hier gewesen sein, der rausgekommen, oder? Soll ja auch gewesen sein. Hier. Hier war der. Wunderbar. So, jetzt gehen wir mal zurück und gucken wir mal, ob wir dem ja nicht ein bisschen mal feitschen, die Sachen verkaufen können. Ich glaube, ob wir hier noch irgendwo viel fein, viel eher finden. Also hier war diese Höhle. Da hinten ist, äh, das Saloon. Gehen wir nochmal ein bisschen in diese Richtung. Hier oben hatte ich, glaube ich, auch ein paar Wölfe gesehen. Hier oben hatte ich, glaube ich, auch ein paar Wölfe gesehen. Ich danke, auch ein paar Wölfe. Ich danke, auch ein paar Wölfe. Ich danke euch. Das war's für heute. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank.